Hallo und herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben und den Babelsberger Sternennächten. Mein Name ist Daniel Pauli von der Universität Potsdam und heute berichte ich über Neuigkeiten, über interagierende Doppelsternsysteme. In meiner Forschung widme ich mich der Forschung von massereichen Sternen. In den letzten vergangenen Monaten haben ein Kollege vom UCL und ich zusammen ein Paper über zwei massereiche Sterne, die gerade Masse austauschen, geschrieben und veröffentlicht. Deswegen möchte ich mich jetzt mit euch darüber beschäftigen, wie ich massereiche Sterne analysieren kann und auch massereiche Doppelsternsysteme analysieren kann. So, die erste Frage ist jetzt erstmal, was sind überhaupt massereiche Sterne? Dafür habe ich ein kleines Beat-off vorbereitet, um einfach mal zu vergleichen, was sind die Parameter von unserer Sonne und was sind die Parameter von massereichen Sternen. Weil es sehr schwierig ist, mit den normalen Einheiten für die Sonne zu messen, also die Sonne hat 2 mal 10 hoch 33 Kilogramm und das lässt sich immer sehr schlecht vorstellen, haben wir alles auf unsere Sonne normiert. Das heißt, unsere Sonne hat eine Sonnenmasse, einen Sonnenradius und die Leuchtkraft von einer Sonne. Massereiche Sterne sind mindestens 8 mal so schwer wie unsere Sonne, können aber auch 3 bis 400 mal so schwer sein wie unsere Sonne. Typischerweise, während die massereichen Sterne Wasserstoff brennen in ihrem Kern, haben sie einen Radius von 10 Sonnenradien. Dabei haben die massereichen Sterne aber Leuchtkräfte, die sind 10.000 mal bis zu einer Million mal höher als die von unserer Sonne. Deswegen können wir sie auch an unserem normalen Nachthimmel abends mit dem Auge beobachten. Unsere Sonne hat eine Temperatur von 5.772 Kelvin. Massereiche Sterne sind viel heißer. Das fängt schon bei 10.000 Kelvin an, kann aber bis 50.000 oder 60.000 Kelvin hochgehen. Also ziemlich heiß. Die Lebensdauer von unserer Sonne sind 10 Milliarden Jahre. Man würde jetzt erwarten, dass massereiche Sterne dadurch, dass sie mehr Masse haben, viel länger Wasserstoff brennen können. Aber tatsächlich sind massereiche Sterne viel effizienter darin, Wasserstoff zu helium zu fusionieren und haben deswegen nur kurze Lebensdauer von 10 Millionen Jahren. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn man jetzt versucht mit seinem Auto gegen einen LKW ein Wettrennen zu machen, dann braucht der LKW einfach viel mehr Sprit und verbraucht viel mehr Sprit auf kürzerer Zeit als das Auto und genauso ist es auch bei massereichen Sternen. Wie kann ich nun einen Stern beobachten? Nun werden die Photonen im Kern von massereichen Sternen erzeugt und diese energetischen Photonen fangen jetzt an zu reisen. Auf ihrer Reise können diese Photonen mit der Materie interagieren. Das ist ungefähr so, wenn man jetzt durch einen Wald läuft und mit seiner Taschenlampe im Dunkeln dann das Licht anmacht und es ist ein klarer Himmel, dann kann man sehr weit damit gucken. Wenn es jetzt aber neblig ist und Materie im Weg ist, dann wird das Licht gestreut und die Sicht wird kürzer. Das heißt, die Photonen interagieren mit der Materie, tauschen Energie aus und werden in zufällige Richtungen gestreut. Dieser Streuungsprozess dauert relativ lange und es wird über mehrere Millionen Mal ein Photon gestreut, bis es an die Oberfläche kann. Dafür habe ich hier eine Illustration vorbereitet von einem YouTube-Channel von Physics Almanac, der verdeutlichen soll, wie ein Photon, das im Kern kreiert wird, langsam an die Oberfläche reißt. In unserer Sonne dauert dieser Prozess zehn Millionen Jahre im Schnitt, bis ein Photon, das im Kern erzeugt wird, uns auf der Erde erreichen kann. Dies ist ein statistischer Prozess, der dafür sorgt, dass die energetischen Photonen, die im Kern produziert werden, gestreut werden und ein breites Spektrum, ein Kontinuum erzeugen. In erster Näherung können die Spektrum von Sternen als schwarze Körper gedeutet werden. Ein Schwarzkörperspektrum habe ich jetzt hier mal vorbereitet für drei verschiedene Sterne, beziehungsweise habe ich von der NASA übernommen. Auf der X-Achse kann man sehen, die Wellenlängen von unserem Spektrum. Das heißt, wenn ich jetzt das Licht von einem Stern bekomme und dann prismatisch aufspalten würde, könnte ich jetzt das in die einzelnen Frequenzen oder Energien aufspalten. Auf der rechten Seite sind lange Wellenlängen, also Wärmestrahlung, und auf der linken Seite sind kurze Wellenlängen, also UV-Strahlung. Auf der Y-Achse ist die Helligkeit von den Sternen. Und es ist auch markiert mit dieser Regenbogenfarbe hier in der Mitte, wo das sichtbare Licht für unser Auge ist. Das heißt, wenn ein Stern jetzt relativ kühl ist, dann ist das Maximum von seinem Strahlungsfeld im Nahinfraroten. Daher wird er für das Auge rot erscheinen. Unsere Sonne ist schon ein bisschen heißer und ihr Maximum von der Strahlungskurve ist im visuellen Licht. Dadurch erscheint die Sonne für uns gelblich oder orangelich. Massereiche Sterne, habe ich ja gesagt, sind viel, viel heißer, über 10.000 Kelvin. Das heißt, ihr Maximum ist immer im UV-Bereich. In diesem UV-Bereich, der ist halt im blauen Bereich und deswegen erscheinen sie am Nachthimmel für uns blau. Leider ist ein Spektrum von einem Stern nicht ein perfekter schwarzer Körper, weil es Absorptionen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt an die Sternoberfläche gehe, dann habe ich die Kontinuumstrahlung, die aus dem Kern, aus dem dichten Bereich kommt. Das habe ich hier unten auch noch mal vorgezeigt. Auf der x-Achse habe ich jetzt die Wellenlängenbereiche und auf der y-Achse habe ich den Fluss, der uns erreicht. Und in diesem kleinen Bereich kann man sehen, dass der Fluss leicht abfällt. Diese Kontinuumstrahlung, diese Photonen, die reisen jetzt nun zu uns hin, aber in der Photosphäre sind Ionen. Ionen haben Elektronen und diese Elektronen können angeregt werden. Diese Elektronen können angeregt werden, die können das Photon absorbieren, gehen auf ein höheres Energieniveau, fallen aber relativ schnell wieder zurück auf ein niedrigeres Energieniveau und werden dabei in eine zufällige Richtung, also nicht in die Richtung des Beobachters, gestreut. Das sagt dafür, dass uns nicht das gesamte Kontinuum erreicht und dass wir bei bestimmten Frequenzübergängen, die genau mit den Energieniveaus übereinstimmen, Absorptionslinien haben. Das heißt, was wir am Ende beobachten, ist ein Absorptionsspektrum. Was jetzt passiert ist, wenn ich zwei Sterne in einem Doppelsternsystem habe, die zwei Sterne umkreisen sich. Einer von den beiden Sternen fliegt auf mich zu und der andere fliegt von mir weg. Dadurch kommt es zu einem Dopplereffekt. Ein Objekt, das sich auf mich zu bewegt, das wird blau verschoben, also zu kürzeren Wellenlängen hin. Und ein Objekt, das von mir weg geht, wird zu längeren Wellenlängen, also rot verschoben. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Krankenwagen auf Sie zukommt und dann an Ihnen vorbeifährt, dann ändert sich ja auch die Frequenz von den Sirenen von dem Krankenwagen. Und genauso ist es auch mit dem massereichen Stern. Die werden halt immer rot und blau verschoben und zwar in Antiphasen, wenn ich jetzt zwei Absorptionslinien habe. Dafür habe ich hier eine kleine Grafik vorbereitet. Hier kann man sehen, wieder auf der x-Achse sind wieder die Wellenlängen und auf der y-Achse ist der normalisierte Fluss. Im Blau ist die Beobachtung. Man kann schon sehen, dass die Grafik animiert ist und zu verschiedenen Zeitpunkten wurden jetzt Spektren aufgenommen. In Rot haben wir jetzt das simulierte, zusammengefügte Spektrum. Und in Grün und in Schwarz haben wir die einzelnen stellaren Komponenten. Und man kann sehen, dass über die Zeit, dass beide Komponenten, also die grüne und die schwarze Linie, sich in einer Antiphasen bewegen. Und dass irgendwann auch passiert, dass quasi die Linien sich anfangen aufzuspalten oder zu deformieren. Und anhand dieser Signaturen kann ich dann herausfinden, dass in diesem Spektrum tatsächlich zwei Sterne sich befinden. Und wenn ich die beiden Spektren auseinanderziehen kann, kann ich auch beide Sterne voneinander getrennt modellieren. Jetzt wissen wir zwar, wie man Sterne analysieren kann oder Doppelsterne identifizieren kann. Jetzt ist aber ein bisschen die Frage, warum ist es interessant, Doppelsterne zu studieren und zu analysieren. Dafür möchte ich ein bisschen über Sternentwicklung reden. Am Anfang erstmal über Einzelsternentwicklung. Und um Sternentwicklung zu verstehen, benutzen Astrophysiker gerne das Herzsprung-Russell-Diagramm. In dem Herzsprung-Russell-Diagramm werden stellare Parameter gegeneinander aufgetragen. Auf der x-Achse habe ich die Temperatur. Auf der linken Seite sind die Sterne heiß. Und auf der rechten Seite sind die Sterne kalt. Ich habe mit Absicht das heiß-blau gemacht, weil heiße Sterne sind ja blau. Und kalte Sterne sind rot, nur als Erinnerung. Das ist ein bisschen andersrum als bei dem Wasserhahn zu Hause vielleicht. Auf der y-Achse haben wir dann noch die Leuchtkraft von unserem Stern. Und Sterne, die hell sind, sind oben. Und Sterne, die dunkel sind, sind weiter unten in dem Herzsprung-Russell-Diagramm. Dadurch, dass Sterne als schwarze Körper approximiert werden können, kann man nun die Leistung, also die Strahlungsleistung, und die Temperatur und den Radius zusammen verbinden. Und dadurch kann man auch in diesem Diagramm den Radius als eine Diagonale von oben links nach oben rechts plotten. Das heißt, Sterne, die sehr kompakt sind, sind unten links im Diagramm. Und Sterne, die ausgedehnt sind, sind oben rechts in dem Diagramm. Dafür habe ich hier jetzt einen Sternentrack in das Diagramm eingefügt. Und man kann jetzt sehen, die OB-Sterne, also die heißen Sterne, die massenreichen Sterne, die fangen an, Wasserstoffe in Kern zu positionieren, an der Position hier unten. Und hier oben hören sie dann auf, Wasserstoffe zu verbrennen. Und in dem Bereich von hier bis hier verbringen sie 90 Prozent ihres gesamten Lebens. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal unseren kleinen blauen massereichen Stern eingefügt. Sobald ein Stern fertig ist mit Wasserstoffbrennen im Kern, fängt der Kern an zu kontrahieren und der Kern heizt sich auf. Gleichzeitig haben wir aber noch eine wasserstoffreiche Hülle, die anfängt sich auszudehnen, was dafür sorgt, dass der Stern an der Oberfläche sich auskühlt und schnell zu den roten Riesen rüberwandert. Ja, ein bekanntes Beispiel ist vielleicht Beta-Igoyze, der auch in den letzten Jahren häufiger in der Presse zu sehen war. So, wenn man jetzt sich aber den Nachthimmel anguckt, dann wird man feststellen, dass wir noch eine weitere Sternengattung finden am Nachthimmel. Und zwar Wolf-Ray-Sterne. Wolf-Ray-Sterne sind Heliumsterne. Die sind sehr kompakt. Die haben ungefähr ein bis zweimal den Radius unserer Sonne, aber beeinflussen ihre Umgebung sehr stark, ja, durch stellare Winde und ionisierende Photonflüsse. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass mein Sternenblickungstrack anstatt nach zu kühleren Temperaturen zu heißeren Temperaturen, also von rechts nach links sich anfängt zu entwickeln. Und das ist der Punkt, wo Doppelsternentwicklung wichtig wird. In Doppelsternsystemen können massereiche Sterne miteinander interagieren. Und dafür habe ich ein Video von dem European Southern Observatory vorbereitet. In einem Doppelsternsystem werden zwei massereiche Sterne geboren. Der massereichere Stern ist der heißere Stern und auch der größere Stern. Dieser Stern kann schneller im Kern Wasserstoff zu Helium fusionieren und wird daher die Hauptreihe als erstes verlassen und fängt dann an, sich schneller auszudehnen als der andere Stern. Während der Stern sich ausdehnt, ist normalerweise in der Einzelsternentwicklung die Hülle gravitativ an den Stern gebunden. In Doppelsternsystemen kann es aber sein, sobald der Stern sich anfängt auszudehnen, dass die Materie von der Hülle gravitativ angezogen wird von dem Begleitstern und dass Masse dann von dem Primärstern, also dem Stern, der sich schneller entwickelt, auf den anderen Stern transformiert wird. Genau das passiert gerade in dieser Simulation. Und der massereichere Stern transportiert dann Materie und Drehmoment zu dem anderen Stern. Der Begleitstern fängt dann an, sich schneller und schneller zu drehen, bis sich die Zentrifugalkraft und die Gravitationskraft ausgleichen. Und dabei, bei diesem Prozess, fängt der Begleitstern an, sich schneller zu rotieren und wird verformt, sodass er zu einer Ellipse wird. Nachdem der Massentransfer abgeschlossen ist, hat der Massespender seine gesamte Hülle oder den Großteil seiner Hülle zumindest verloren und fängt an zu kontrahieren und wird zu einem Wolf-Rayet-Stern. Wie man jetzt sehen kann, fängt er an zu schrumpfen und wird relativ klein. Dort verbringt er noch den Rest seines Lebens und am Ende wird er mit einer Supernova-Explosion wahrscheinlich das System auseinanderfetzen und dafür sorgen, dass sich der Zweitstern als Einzelstern weiterentwickeln kann, wie in diesem Video veranschaulicht. Sobald der Zweitstern dann auch fertig ist mit Wasserstoffbrennen in seinem Kern, fängt er an, sich auszudehnen, wird zu einem roten Riesen und dieser rote Riese wird dann auch irgendwann als Supernova explodieren und in diesem Fall lässt er einen Neutronenstern zurück. Wie man sehen kann, hat Doppelsternentwicklung einen drastischen Effekt auf die Entwicklung von massereichen Sternen. Doch wie lässt sich das jetzt in dem Herz-Brun-Russell-Diagramm verstehen? Dafür habe ich jetzt auch einen Doppelstern-Track mit in das Herz-Brun-Russell-Diagramm eingefügt. Man kann sehen jetzt als diese gestricherte Linie, auch dieser Stern fängt an, im Kern Wasserstoff zu brennen auf der Hauptreihe und entwickelt sich weiter und während seiner Entwicklung auf der Hauptreihe fängt er an, sich auszudehnen und irgendwann setzt er dann an und macht Massentransfer auf den anderen Stern. Man kann tatsächlich sehen, dass es hier zwei Massentransferphasen gibt, da komme ich gleich noch zu. Und nach den Massentransferphasen hat er seine Hülle verloren und wenn er seine Hülle abgeworfen hat, dann fängt er an zu kontrahieren und geht jetzt zu heißeren Temperaturen im Herz-Brun-Russell-Diagramm und ist in der Region, wo wir Wolf-Royer-Sterne beobachten können. Diese Tracks sind aber relativ unintuitiv, finde ich immer, weil sie einem das Gefühl geben, dass man an jedem Punkt gleich viel Zeit verbringt. Aber dem ist nicht so. Und damit man ein gewisses Gefühl bekommt, wie viel Zeit ein Stern in welcher Phase verbringt, habe ich jetzt Punkte über diesen Track drübergelegt, die immer 30.000 Jahre voneinander entfernt sind. Das heißt, Regionen, wo ich sehr, sehr viele Punkte habe, sind relativ wahrscheinlich, dass wir diese Phasen beobachten können. Regionen, wo wir keine oder kaum Punkte haben, sind schnelle Übergangsphasen, die sind quasi unmöglich zu beobachten. Man kann sehen, dass der massereiche Stern einen Großteil seiner Zeit, also über fast 90 Prozent, auf der Hauptreihe verbringt und dann fängt er an, Massentransfer zu machen. Weil der Stern jetzt noch nicht fertig ist mit Wasserstoffbrennen im Kern, ist es nun so, dass nachdem er einen Teil seiner Hülle verloren hat, fängt dieser Stern nur noch langsam an, sich auszudehnen, so dass er, während er am Wasserstoffbrennen ist, weiterhin langsam Materie auf seinen Begleitstern transportieren kann. Man kann jetzt sehen, dass es wie auch bei dem Einzelsternsystem gibt es diesen Haken, der markiert das Ende vom Wasserstoffbrennen, vom zentralen Wasserstoffbrennen. Und der Stern fängt wieder an, sich auszudehnen, aber dadurch, dass er immer noch den Begleitstern hat, fängt er jetzt wieder an, Masse auf den anderen Sternen zu transportieren und danach, nach dem Massentransfer, wandert er rüber zu den Wolfrey-Sternen und wird ein kompakter Heliumstern. Das sind jetzt alles theoretische Modelle und theoretische Modelle müssen immer gegen Beobachtungen kalibriert werden. Und wie wir jetzt sehen können, gibt es eine gewisse Zeit in der Massentransferphase, die relativ wahrscheinlich ist, zu beobachten. Und das ist genau da, wo unsere Studie angefangen hat und angesetzt hat. Wir haben nicht das System NGC 346 SSN7 analysiert, quasi die Nadel im Heuhaufen. Aber was ist überhaupt diese lange Telefonnummer? Also NGC 346, das ist ein junges Sternencluster, das hat ein Alter von 1 bis 4 Millionen Jahren. Wenn man sich jetzt mal am Anfang erinnert, so ein massereicher Stern lebt irgendwas unter 10 Millionen Jahre. Das heißt, in diesem Cluster sind tatsächlich noch massereiche Sterne, die wir finden können. Dann hat jemand angefangen, die Sterne zu katalogisieren und durchzunummerieren. In unserer Suche nach Doppelsternsystemen im Austausch sind wir dann auf das System SSN7 gestoßen. Ja, das ist dieser kleine Stern hier drüben. Und für diesen Stern haben wir mehrere Spektren im optischen und im ultravioletten Bereich mithilfe des Hubble Space Telescopes und des European Southern Observatories aufgenommen und analysiert. Hier zeige ich nun zwei verschiedene Spektralbereiche von drei verschiedenen Spektren, die wir analysiert haben. Auf der linken Seite sehen wir eine Stickstoff-4-Linie. Auf der Y-Achse ist wieder der normalisierte Fluss, auf der X-Achse ist wieder die Wellenlänge. Und in der gepunkteten Linie kann man sehen, dass die Linie in diesem Zeitpunkt genau in der Ruhewellenlänge liegt. Das bedeutet, dass beide Sterne sich gerade weder auf uns zu noch von uns weg bewegen. Wenn man sich jetzt über den Verlauf der Zeit anguckt, wie sich dieses Wellenprofil entwickelt, dann kann man sehen, dass die durchgezogene Linie zu längeren Wellenlängen hin verschoben wird, das heißt rot verschoben wird, ohne sich dabei aufzuspalten. Das heißt, diese Linie kommt nur von einem der beiden Sternen. Und für den erfahrenen stellaren Astrophysiker kann man sofort herausfinden, aha, das ist wahrscheinlich dann der heißere Stern, weil der genug Temperatur hat, um diese Stickstoff-4-Linien-Emissionen zu bringen. Wenn man sich jetzt Linien anguckt, die auch von kühleren Sternen bevölkert werden, zum Beispiel die Helium-1-Linie hier drüben, da kann man sehen, wieder in der gepunkteten Linie sind beide Sterne wieder in Ruhe. Also sie bewegen sich nicht auf uns zu, noch von uns weg. Das heißt, ihre beiden Absorptionslinien überlagern sich und dadurch wird die Absorptionslinie tiefer. Wenn ich mir jetzt aber wieder die durchgezogene Linie angucke, dann kann ich sehen, dass sich auf einmal diese Linie anfängt, aufzuspalten und asymmetrisch zu werden. Das liegt daran, dass wieder der eine Stern rot verschoben wird, aber jetzt sehen wir auch die Komponente von dem zweiten Stern, der zu kürzeren Wellenlängen hin verschoben wird. Dadurch, dass man jetzt sehen kann, dass der heißere Stern auch weniger zu Helium-1 beiträgt und der andere ein bisschen tiefere Helium-1-Absorptionslinie macht, kann man schon erahnen, dass der blau verschobene Stern auch der kühlere Stern ist. Wenn man jetzt die verschiedenen Radialgeschwindigkeiten, also wie schnell bewegen sich die Sterne auf uns zu oder von uns weg, bestimmen kann, dann kann man mit Hilfe von den Kepler'schen Bewegungsgleichungen den Orbit von diesem Stern modellieren und zum Beispiel herausfinden, wie häufig sich diese Sterne umkreisen und wie massereich die beiden Komponenten sein müssen, beziehungsweise was das Massenverhältnis von den beiden Sternen ist. Und genau das haben mein Kollege und ich auch getan. Wir haben eine Radialkurve modelliert. Man kann hier sehen, auf der y-Achse sind die Radialgeschwindigkeiten in positiven und negativen Richtungen, also von uns weg und zu uns hin. Und man kann jetzt sehen, dass die beiden Linien sich immer in Antiphase bewegen. So, von diesem Fit haben wir herausgefunden, dass sich die beiden Sterne gut alle drei Tage umeinander kreisen, was relativ kurz ist und die Hypothese oder unsere Hoffnung darauf verstärkt, dass die beiden Sterne vielleicht gerade im Massenaustausch sind oder zumindest kurz danach sind. Man kann auch sehen, dass das Massenverhältnis Q, also die Masse von dem einen Stern geteilt durch die Masse von dem anderen Stern, ist 1,5. So, das bedeutet jetzt, dass in unserem Fall, so wie wir die Sterne definiert haben, ist der heißere Stern der Masse ärmere Stern. Wenn wir uns nochmal an das Video von vorhin erinnern, zu Beginn, wenn zwei Sterne geboren werden, ist der heißere Stern auch der Masse reichere Stern. Das heißt, dies ist auch ein weiteres Indiz dafür, dass die Sterne Masse ausgetauscht haben und die Hülle von dem Masse Spender schon entfernt wurde und dadurch der heiße Heliumkern freigelegt wurde. Was wir jetzt noch gemacht haben ist, wir haben jetzt ja die ganzen Spektren bekommen und die ganzen Spektren können wir natürlich auch noch analysieren, indem wir Sternenatmosphärenmodelle mit dem Potsdam-Wolf-Royer-Code rechnen. Dabei können wir jetzt wieder, wie vorhin auch, die zwei verschiedenen Komponenten von den Sternen, ja, also in Rot und in Grün sind die synthetischen Spektren von dem Primärstern und dem Sekundärstern wieder modellieren und zusammenfügen, sodass wir das Gesamtspektrum, also das beobachtete Spektrum in Blau, mit unserer Kombination in Rot modellieren können. Ich habe jetzt hier nur ein paar Linien gezeigt, wo man sehen kann, dass die verschiedenen Sterne, zum Beispiel in dieser Kohlenstoff-3-Linie, zu verschiedenen Linien beitragen und wir dadurch halt die verschiedenen Komponenten auseinanderziehen konnten. Dabei haben wir natürlich mehr als nur diese sechs oder sieben Linien, die ich jetzt hier zeige, analysiert. Wir haben insgesamt über 50 Linien gehabt, die wir da von den verschiedenen Sternen analysiert haben. Wir konnten Linien identifizieren, die mit dem einen Stern oder mit dem anderen Stern oder sogar mit beiden Sternen assoziiert sind. Von unseren Sternenatmosphärenmodellen konnten wir jetzt natürlich die wichtigsten fundamentalen stellaren Parameter herausfinden, zum Beispiel die Leuchtkraft. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass beide Sterne lustigerweise relativ gleich hell sind. Also die Leuchtkraft von dem Stern ist ungefähr gleich. Was jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend scheint, weil wenn ich mir jetzt nochmal die einzelnen Komponenten hier in dem UV-Bereich angucke, sieht man ja, dass der eine Stern deutlich heller zu sein scheint als der andere Stern. Das ist jetzt so, dass der eine Stern, der heller ist im UV-Bereich, ist auch der heißere Stern. Das heißt, sein Maximum ist im UV-Bereich, während der kühlere Stern sein Maximum im optischen Bereich hat. Und dadurch kann es zu unterschiedlichen Bereichen im normalisierten Bereich kommen oder beziehungsweise in bestimmten Wellenlängenbereichen. Aber die können trotzdem beide die gleiche Leuchtkraft haben. Wir haben auch wieder hier bestätigt, dass der heißere Stern ist tatsächlich auch von der spektroskopischen Analyse der Masse ärmere Stern. Was dafür wieder ein Indiz ist, dass die beiden Sterne Masse ausgetauscht haben. Ein weiterer Parameter, den wir aus unseren Stern-Atmosphären-Modellen bekommen, ist der Radius. Man kann sehen, dass der Primärstern mit seinen 13 Sonnenradien kleiner ist als der kühlere Stern mit seinen 17 Sonnenradien. Aus der orbitalen Lösung kann ich jetzt herausfinden, wie groß ein Stern maximal sein darf, bevor er anfängt, Masse auf den anderen Stern zu transformieren. Das ist der sogenannte Rush-Low-Radius oder hier abgekürzt mit RL. Und wenn ich den ausrechne aus meiner vorherigen Analyse, dann stelle ich fest, dass beide Sterne ungefähr genauso groß sind, wie sie sein dürfen, bis sie Massentransfer machen. Das heißt, wir haben jetzt aus der Kombination von den beiden Analysen festgestellt, dass die beiden Sterne wahrscheinlich gerade im Massenaustausch sind. Um jetzt natürlich unsere Beobachtungen zu testen gegen die Sternentwicklungsmodelle, haben wir jetzt selber Sternentwicklungsmodelle gerechnet, um zu testen, ob die Positionen oder die Parameter von den beiden Sternen auch theoretisch vorhergesagt werden können oder halt im Einklang damit sind. Dafür haben wir wieder Sternentwicklungsmodelle gerechnet. Auf der linken Seite ist das Herzschlund-Russell-Diagram. Das zeigt den Sternentwicklungstrack von dem Massespender. Der Massespender hatte ursprünglich mal 52 Sonnenmassen. Dann hat er eine sehr lange Zeit auf der Hauptreihe verbracht, wo er Wasserstoff zu Helium im Kern fusioniert hat. Und dann hat er angefangen, Massentransfer zu machen. Und dann gibt es wieder diese langlebige Massentransferphase, wo der Stern relativ viel Zeit verbringt. Und genau diese Phase überlappt mit dem beobachteten Bereich. Also das grüne Dreieck mit der Ellipse drumherum sind die Parameter, die wir bestimmt haben mit dem Fehlerbereich. Und genau dieser Bereich überlappt halt mit dem Bereich, der von unserem Sternentwicklungsmodell vorhergesagt wird. Natürlich haben wir jetzt zwei Sterne und wir müssen auch beide Sterne gleichzeitig simulieren und rechnen. Und deswegen haben wir auch den Sternentwicklungstrack von dem zweiten Sternmodell gerechnet. Dafür haben wir angenommen, dass der Stern eine Anfangsmasse von 38 Sonnenmassen hatte. Der Stern hat auch angefangen, Wasserstoff im Kern zu brennen und zu Helium zu fusionieren, bis er dann auf einmal Masse von dem Zweitstern akkretiert hat. Erst schnell und dann relativ langsam und stetig weiter. Besser nun in dem Bereich ist, wo auch die Parameter von unserem zweiten Stern beobachtet worden sind. Nun ist es ja so, dass man kein gutes Gefühl für Zeit hat. Man möchte ja nicht die einzelnen kleinen schwarzen Punkte jetzt zählen, um zu gucken, ob es übereinstimmt oder nicht. Deswegen habe ich jetzt im Hintergrund, schwer zu erahnen, zwei blaue Punkte gemacht, die beide bei einem Alter von 3,5 Millionen Jahren sind. Und diese beiden Punkte hier drüben und hier stimmen genau mit den stellaren Parametern, die wir von unserem Stern gemessen haben, von unserem Doppelsternsystem gemessen haben, überein. Das heißt, wir können tatsächlich mit unseren aktuellen Sternentwicklungsmodellen hervorsagen oder richtig modellieren, wie sich Doppelsterne entwickeln und wie sie die Masse untereinander austauschen. Man muss natürlich jetzt noch in Betracht ziehen, sehen, dass eins kein sehr gutes statistisches Sample ist. Also wenn Sie zu Hause Ihren Freund nach seiner Meinung fragen, dann ist es ja schön und gut, aber Sie sollten nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch auf der Welt die gleiche Meinung hat. Und genauso ist es auch mit massereichen Sternen. Ein System ist zwar schön und gut, dass wir es modellieren können, das heißt aber nicht, dass wir alle Systeme modellieren können. Und deswegen haben wir angefangen, eine Jagd zu machen nach massereichen Sternen, die gerade im Massenaustausch sind oder sich kurz nach einer Phase des Massenaustausches befinden. Und wenn wir erfolgreich sind, dann sehen wir uns vielleicht nochmal wieder über Doppelstern im Austausch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.